Hallo! Guck mal, schönes Wetter hier. Da noch eine Red Bull und Kabel, die ich jetzt mein Dad trink. So kann man durch die Morgenroutine beginnen. Es ist einfach 15 Uhr. Jetzt gehe ich erstmal schön essen Mittag zu meinen Eltern. Stop it! Get some hell. Johohoh. Dreh komplett durch. Hast du neue Spielzeug bekommen? Ja. Zeig mal. ein feinie besöhne ja ein feinie Feini. Feini, ne? Bro, what are you talking about, man? Will ich spielen? Der Bre ist wieder Autowaschen. Ich hoffe, man versteht mich, weil das ist unnormal laut hier, Alter. Hier Autowaschen, Alter. Da hinten wieder auch schon ab. Erstmal Feierabendung reinknallen, ne? Ma, 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 ma... ...kuck, reißen. ...fick mein Leben, ne, ja, das Schlimmste. Man kommt nach Hause, Montag, Feierabend, man guckt genauso, was es ist. bock digga und jetzt kommt bob der baumeister und muss reparieren bob der baumeister repariert das jetzt stelle ich stabil hin damit ihr vielleicht was seht aber vielleicht glaube ich nicht so da muss ich dran werken ich nehme jetzt einen schraubendreher ich schwöre es hat repariert ja es geht ganz schnell ganz schnell digga selbst ist der mann alle ich hoffe es geht jetzt wir machen den test der test seht ihr es hat nicht repariert war jetzt schief ich schwöre jetzt so schief ich muss noch ausrichten und dann geht aber läuft das ding ist das sieht man jetzt nicht so aber das ist komplett grün halk ist mein gaming zimmer hat halk übernimmt halk halk dicker halk ich schwöre es euch nachts sieht mein auto tausend mal krasser aus digga guck mal bitte einfach allgemein mein auto sieht tausend mal besser aus nachts ich schwöre es euch einfach diese innenbeleuchtung und so einfach alles tausend mal geiler feiniaaa